Am 16. Juni 2023 fand das Oldtimer-Treffen nach der Corona-Pandemie zum ersten Mal wieder statt. Freundliche Mitarbeiter haben auf dem Bahnhofsvorplatz die Anreisenden mit den stolzen Oldtimern in Empfang genommen und diesen einen Platz für ihre Fahrzeuge zugewiesen. Eine Jazz-Band seuchte mit Livemusik für gute Stimmung. Oldtimer-Fans kamen wieder voll auf ihre Kosten. Die Bewunderung galt auch Traktoren und Motorrädern, die zu diesem Treffen kamen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Überall wurde gefachsimpelt und die Fahrzeuge begutachtet und bestaunt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das Publikumsinteresse war riesig. Das Publikumsinteresse war. Ein Foto von euch dreimal? Ja gerne. Schnurrende Motoren und liebevoll gestaltete Karosserien konnten den ganzen Tag über bewundert werden. Danke. Das war's. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gegen 16 Uhr ging diese gelungene Veranstaltung zu Ende und die fleißigen Mitarbeiter konnten sich auch etwas entspannen.